Im heutigen Video möchte ich euch mal zeigen, wie ihr ganz einfach eure Flammen von euren Freunden kostenlos auf Snapchat wiederherstellen könnt. Wichtig ist, ich kann euch leider keine hundertprozentige Garantie dazu geben, dass das Ganze kostenlos funktioniert, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die ihr ausprobieren solltet. Okay, und zwar gehen wir dafür einmal ganz normal auf unser Profil, einmal oben links drauf und dann einmal nach oben rechts in die Einstellung. So, und dann scrollen wir jetzt hier einmal nach unten und zwar bis wir hier gleich irgendetwas mit Support finden. Genau, ich habe meine Flammen verloren, ich brauche Hilfe und so weiter oder Feedback, ich habe einen Fehler entdeckt. So, wie stelle ich meine Flammen wieder her, ich kann meine Flammen nicht wiederherstellen und so weiter. Also, wir haben das Ganze hier, da können wir das Ganze machen. Wie kann ich das Ganze zurückerstatten, blabliblob. Ein Verbesserungsvorschlag zum Melden schütteln haben wir hier. Also, wir gehen dafür einfach einmal auf Feedback, ich habe einen Fehler entdeckt. Dann auf Freunde und dann können wir hier das Thema auswählen, zum Beispiel Meilensteine oder wir gucken natürlich am besten hier nach Flammen. So, dann fügen wir noch am besten einen Anhang hinzu, zum Beispiel, dass die Flammen weg sind und dass ihr beide zum Beispiel einfach gesnappt habt. Es muss nicht stimmen und dann schreibt ihr hier einfach hin, dass ihr beide gesnappt habt, dass das Ganze ein Fehler ist und die Flammen im Prinzip einfach weg sind und ihr gerne die Flammen sozusagen wiederhättet. Probiert das einfach mal aus. Es kann sein, dass ihr dadurch die Flammen wiederbekommt. Wenn nicht, dann müsst ihr höchstwahrscheinlich leider zahlen, aber wenn ihr wirklich eigentlich beide relativ zeitnah gesnappt habt und die Flammen wirklich zum Beispiel durch einen Fehler auch verloren gegangen sind, dann solltet ihr hier die Flammen wiederbekommen. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Falls ja, sehr gerne ein Like und ein Abo da lassen und dann würde ich sagen, das war es von mir. Haut rein und ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.